Ja schön, dass du es zugeschaltet hast. Ja ich mache heute Pommes mit Bratfrost und und ich wünsche euch nun viel Spaß. So ich mache jetzt Pommes auf dem Fleisch. So für mich reicht das auch und ich mache jetzt den Backofen an. Und die Pommes mache ich auch gleich rein. Und dann machen wir den Herd mal an. So jetzt die Öl in die Wanne rein. So jetzt denke ich mal das reicht. So ich mache jetzt die Backofen in die Pfanne rein. So. 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 So, das sieht uns jetzt gut aus. So, das sieht gut aus. So, das sieht gut aus. So, die Bremen. Die Bremen ist jetzt schon fertig. So, der Kotel hat da auch nicht viel. So, das sieht gut aus. So, das sieht gut aus. So, die Bremen sind auch schon fertig. So, das sieht gut aus. So, ich habe jetzt Sissen jetzt nochmal genommen. So, das sieht gut aus. 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 So, das war das. So, das ist ein kleines Kochvideo. Und wenn es euch sehr gut gefallen hat, lasst es einfach ein Abo da und ein Like. So, das sieht gut aus. 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 Vielen Dank.